Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 329. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gude und Grüße und Salü. Und Salü, genau. Der Herr Marvin mit neuem Internet. Shabbat Shalom Motherfucker. Hi. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute reden über aktuelles bei der Eintracht, über den kommenden Gegner, über Dummschwätzer, gute Taten der Woche und vielleicht haben wir auch noch ein paar Empfehlungen. Bevor wir dazu kommen, müssen wir hier mal noch ein paar Punkte aus der letzten Sendung gerade rücken, auf die uns Hörer hingewiesen haben. Eigentlich ist es nicht wirklich gerade rücken, sondern es sind Ergänzen, Ergänzungen. Der Herr Lilien Borussia hat nochmal darauf hingewiesen, dass Marvin und Basti schlecht vorbereitet waren, weil es bei den Football Leagues, bei den aktuellen Thematiken sehr wohl um Geld geht. Ich glaube, das wurde jetzt auch nochmal so ein bisschen klar. Ihr hattet ja, Basti, bei 390 den, wie heißt der Name hier einfügen, zu Gast. Hilf mir. Christoph Winterbach. Christoph Winterbach, danke. Grüße. Genau, der hatte ja da auch nochmal über dieses Thema mit den Jugendspielern gesprochen, was ja auch ganz klar so in die Richtung, wir holen uns den Invest über dubiose Arten und Weisen wieder raus. Ja, will ich gerne ganz kurz einhaken. Ja, gerne. Ist richtig, ja, hätten wir besser herausarbeiten können, auf jeden Fall. Wir haben aber auch gleich am Anfang gesagt, dass wir uns den noch nicht angehört haben, finden es aber eine super Sache, dass Rasenfunk wieder daran beteiligt ist, die Sache noch ein bisschen weiter oben zu halten. Zu der Thematik ist es trotzdem differenziert zu betrachten weiterhin, dass du nicht sofort Geld aus Fußball holst und das ist genau mein Ansatzpunkt gewesen. Und natürlich kannst du über Jahre hinweg das so aufarbeiten, dass du Spieler dementsprechend mit einem Konstrukt versiehst, dass sie irgendwann gewinnbringend einzusetzen sind. Aber ein Verein wie Hoffenheim wird die ersten Jahre einfach kein Geld machen, das war mein Ansatzpunkt. Und da schwingt halt einfach mehr mit dabei und das ist, und dabei bleibe ich, auch eine Machtfrage, dass bei großen Klubs, gerade wenn wir uns über die Thematik der Jugendspiele im afrikanischen Kontinent unterhalten, dass da sehr wohl der finanzielle Aspekt eine treibende Kraft ist. Vollkommen richtig, in der hat die Linie, wo du auch recht, da hätte man noch tiefer gehend darauf einkommen können. Trotzdem ist es hier differenziert zu betrachten, meiner Meinung nach. Ja, ich sag auch noch kurz was dazu. Ich meinte auch wirklich aus Ownersicht, also die Sachen, die da teilweise angesprochen werden, da muss man wirklich differenzieren, weil da spielen auch Berater eine Rolle. Und die haben natürlich nur finanzielle Interessen teilweise. Das ist krass. Und genau was dann Marvin sagt, das sind halt vielleicht langfristig, kannst du da vielleicht schon echt ein paar dubiose Sachen machen. Du kannst natürlich auch gutes Geld waschen, das muss man auch sagen, weil du, glaube ich, wie es angesprochen wurde, ähnlich wie im Kunsthandel, gibt es da keine Regulierung, was Ablösesummen betrifft. Das heißt, das ist quasi, ja, der Markt ist nicht komplett transparent, sag ich mal. Du kannst ja theoretisch, keine Ahnung, Sachen vereinbaren, wo du dann über Ablösesummen Gelder hin und her schieben kannst. Das ist schon richtig, was ich meinte, vielleicht habe ich das dann auch da in der letzten Sendung falsch ausgedrückt. Ich meinte tatsächlich, wenn Leute ins Fußball gehen, machen die das nicht ausschließlich aus finanziellen Gründen, glaube ich, weil es da vielleicht trotzdem noch bessere Sachen geben würde. Und wie der Marvin es gesagt hat, da spielt die Macht, glaube ich, immer noch eine Rolle. Wobei man auch da wieder differenzieren muss, weil zum Beispiel die Glazers wurden ja auch angesprochen und das ist richtig. Ich glaube, das sind tatsächlich einfach nur Heuschrecken. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr komplex, als dass sie uns jetzt auf irgendwelche einzelnen Aussagen festmachen wollen. Aber es ist genau der Punkt und es gibt echt Leute, die verdienen leichter Geld, da hat der Linienburg ist ja auch vollkommen recht. Es geht dann im Endeffekt auch darum, was auch Bassi eben nochmal angesprochen hat, Leute, die wie Agenten oder Spielervermittler oder so, das ist da, hast du ganz klar monetäre Absichten. Da geht es ja nicht um Altruismus, ganz klar. Aber insofern, guter Punkt, auf jeden Fall. Und du hast aber noch mehr. Genau, wir haben noch einen zweiten Hinweis, der kam von Andreas, der sagt, dass natürlich sämtliche Kritik an Verhalten von PSG, Katar und der dortigen WM angebracht ist. Aber wir können uns da natürlich als Eintracht auch nicht so ganz von frei sprechen, weil wir ja auch durchaus Aktivitäten oder Themen gemeinsam mit in Abu Dhabi haben, wo wir ja auch gesagt haben, wo wir ja auch gesagt haben, dass wir die Kooperation ausbauen wollen. Und die Art und Weise, wie dort mit Menschenrechten umgegangen wird, ist jetzt ja auch nicht gerade Freude, Sonnenschein. Super Punkt von Andreas, da hat er natürlich vollkommen recht. Haben wir ja aber auch schon öfter mal thematisiert, auch in den vergangenen Folgen des Eintracht-Podcasts und jetzt gerade in der aktuellen Fußball 2000, weiß ich ja auch darauf hin, dass die Frankfurter Eintracht mal mit Mohamed Abu einen Spieler geholt hat von Manchester City, der im Grunde auch von diesem Ghanarischen-Manchester-City-Konstrukt kommt, was ja auch ein Geschmäckle hat. Ja, definitiv. Also können wir die Eintracht auch leider nicht von frei sprechen, ist klar. Wenn du so international agierst, gibt es immer Verflechtungen. Ich glaube, es für die Eintracht auch selbst, ich glaube, sie hat da einen Ehrenwerten-Kodex, glaube ich schon, ist es aber echt schwierig, sich in dieser Welt oder in dieser Welt die Koordinaten zu behalten. Ja, genau. Sollte in dem Zusammenhang halt einfach erwähnt sein, dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf gucken sollten und auch das nicht immer nur ignorieren und durch die rosa-rote Brille sehen. Nee, aber mega gut und das finde ich voll schön, dass jetzt auch die Linienbüros von Andreas dann auch diesen Input dann haben, womit wir uns dann vielleicht oder woran wir uns auch nochmal abarbeiten können, aber es ist echt cool. Also vielen Dank. Macht das immer gerne wieder, haut in die Tasten und schreibt uns eure Meinung, weil damit können wir super arbeiten und es ist ein schönes Level, muss ich sagen. Danke euch. Dann kommen wir jetzt von Themen, die wir letzte Woche hatten, auf Themen, die diese Woche passiert sind und es gibt ein paar aktuelle Themen, die wir ansprechen müssen, bevor wir auf den Ausblick für das Augsburg-Spiel kommen können. Und zwar fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Wir haben Rückkehrer im Training zu vermelden, die werden uns jetzt in Augsburg noch nicht helfen, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass da durchaus wieder Leute zurückkommen. Salcedo ist wieder im Training, Chandler ist wieder im Training und Geraldis ist da auch wieder unterwegs. Ich glaube, ihr hattet es ja bei Fußball 2000 auch schon, Salcedo, schön, aber die Frage ist halt, wo gerade hinstecken. Aber generell bringt uns das, glaube ich, nochmal so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, Rotationsmöglichkeiten, wenn die jetzt so langsam wieder einsteigen, wobei es ja auch bei dem einen oder anderen noch ein bisschen dauern wird, bis die wieder komplett einsatzfähig sind. Uff, bei Salcedo bin ich aber sehr froh, dass der wieder, ja, ist er im Mannschaftstraining sogar schon oder ist das noch relativ individuell? Ich habe es leider gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, was ich so entnommen habe, aber er scheint immer mehr da wieder am Trainingsgeschehen teilzunehmen. Also es waren zumindestens, er war zu sehen beim Mannschaftstraining, aber ich glaube, so ein bisschen individuell macht er auch noch. Weil wir müssen ja denken, die Spieler performen ja da hinten bisher richtig geil. Die Innenverteidigung funktioniert richtig gut, da brauchen wir ja nichts zu sagen. Abraham spielt wirklich eine ordentliche Runde bis jetzt, Endika natürlich auch, auch in Hasebe. Aber ihr habt es schon richtig gesagt, unbedingt, wahrscheinlich nach der Winterpause, wenn die uns dann erst wieder richtig helfen, aber dann musst du den Spielern hier auch mal ein bisschen eine Ruhepause gönnen. Und hoffentlich, toi, 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 passiert nichts, aber immer dieses Albtraum-Szenario, ein, zwei Spieler verletzen sich mal oder können einfach ihre Leistung nicht mehr abrufen. Und dann hast du mit Salcedo natürlich mal einen sehr, sehr guten Ersatz und musst nicht immer auf, ja, auch Russ ist natürlich mal für ein Spiel gut, aber mit ihm will ich halt auch keine längere Runde spielen. Und da bin ich schon froh, wenn Salcedo wieder zurückkehren sollte. Genau, also das sind die positiven Teile und dann kam heute das große Ei ins Kuckucksnest geflogen. Und zwar, Thoreau hat sich verletzt, hat eine Adduktorenverletzung, muss operiert werden und fällt vier bis fünf Monate mindestens aus. Das ist natürlich jetzt der unschöne Teil. Boah, das ist brutal, alter Falter. Ich muss echt sagen, als ich das mitbekommen habe, habe ich echt gedacht, scheiße, das war genau das, was uns irgendwie, was uns eh unbehagen bereitet. Wir wissen ja, in der defensiven Mittelfeldposition haben wir ja immer auch mal ein bisschen Gespräche und so weiter und so fort, aber Thoreau, ah, fuck. Ja, das ist genau, das ist ja diese Position, bei allem Hype, den wir gerade haben, war ja das, wo wir so ein bisschen gesagt haben, na, das ist ein bisschen dünn. Also, da würden wir uns schon wünschen, dass Thoreau da ist, weil er eigentlich so ein Fixpunkt da ist und jetzt auch nicht die Alternativen allzu groß sind. Das heißt, Fernandes ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, ja, der soll jedes Spiel machen, weil der halt trotzdem spielerisch so ein bisschen hinten dran steht. Stendera ist zwar überraschend wieder, hat sich wieder rangekämpft, aber ist jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, ja, den kannst du sofort bringen, mal über vier Spiele 90 Minuten. Deswegen ist das schon echt ein Schlag ins Kontor in dem Bereich. Ich hoffe, dass die Mannschaft das auffangen kann, hat sie auch in anderen Spielen, hat sie es ja auch gezeigt. Das heißt, das ist jetzt noch kein Riesendrama, aber es ist auf jeden Fall so, dass spätestens jetzt klar sein muss, dass im Winter mindestens ein Spiel auf der Position kommen muss, wenn nicht sogar zwei, weil ich glaube, einer war sowieso geplant. Ja, und das sehe ich ganz genauso. Ich denke, hier muss nachgebessert werden und auch wenn uns jetzt vorgeworfen wird, dass wir jetzt zu optimistisch denken oder beziehungsweise in anderen Sphären vielleicht denken mögen, aber es gilt natürlich, die bislang gute Position auch beizubehalten und da musst du jetzt qualitativ nachbessern, weil ein Toro, zumindest, es kann ja sein, vielleicht springt irgendwas in Sachen Laie ab oder so, denn es ist uns auch klar, dass ein Alain diese Position nicht gleichzeitig bewerten, oder ja, gleichzeitig, aber gleichmäßig besetzen wird. Das ist einfach ein Riesenproblem und ich finde es schade, weil Toro hat sich in den letzten Wochen, in denen er gespielt hat, der ist ja schon länger ausgefallen, halt wirklich extrem angeboten. Ja, aber das ist genau der Punkt auch nochmal, Marvin. Es hat mich so gewundert, es ist ja jedes Mal, wir haben doch schon drüber gelacht und haben gesagt, ah, hier wird immer Woche zu Woche wieder geschoben, ah, er kann auch nicht, er hat so eine gleiche Blessur und jetzt kommt wieder so ein Kracher. Was ist da, also das ist für mich wieder sowas, da hoffe ich halt bei den ganzen Spielern, die jetzt so, deshalb war ich so froh, als dann die Meldung kam, der ist jetzt wieder im individuellen Training, der auch ein Stendera, der jetzt mal ein bisschen zurücktreten musste, wo er wieder gedacht hat, oh Gott, das könnte wieder ein großer Rückfall sein. Aber immer, wenn sich das so ein bisschen ankündigt, ich sage mal so zwei, drei Wochen in Folge, wird gesagt, ach, der ist noch nicht ganz fit, aber der wird dann wieder kommen. Da haben wir ja meistens dann so diesen Schlag ins Genick, dementsprechend hoffen wir mal, dass es bei Toro jetzt bleibt und die anderen Spieler jetzt zurückkommen. Aber das ist jedes Mal, entweder ist es von der, ja, ich weiß gar nicht, ob es einfach daran liegt, dass die Untersuchungen dann noch nicht so weit waren oder ob es im Endeffekt da Probleme gab, es wirklich einzuschätzen und erst mal konservativ versucht wurde oder ob es im Endeffekt da auch so eine gewisse Taktik der Eintracht ist, einfach keine Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Der Spieler fällt jetzt lange aus, die anderen müssen es aufbauen und auch medial bloß keinen Hype machen. Wie seht ihr das denn? Ist das eher, was von der Eintracht geregelt ist oder eher? Ich war genauso wie du skeptisch, weil man muss ja dann auch aufpassen, dass man nicht zu sehr sich da drauf stürzt und vielleicht ist es ja wirklich so, wie du gesagt hast, dass sie das auch nicht früher wussten. Aber durch die paar Sachen, die wir in der Vergangenheit schon hatten, wo das öfter so war, ist man da schon so ein bisschen sensibilisiert. Und das ist für mich trotzdem, sollte das der Plan sein, ich will das gar nicht unterstellen, das will ich hier mal betonen, aber sollte das der Plan sein, das, was du eben nochmal gesagt hast, dass man keine Unruhe haben will und so lange wie möglich diese Meldung rauszögert, dann halte ich das für falsch. Weil das trotzdem dafür sorgt, dass genau das, was bei dir und mir passiert, dass wir jetzt bei jeder kleinen Klösen Gutes denken. Das heißt ja, ja, der fällt acht Tage aus und wir denken, na toll, jetzt ist er sechs Monate weg. So, das ist ja dieser Reflex, den ich dann automatisch habe. Den hatte ich bei Thoreau nach den ersten Meldungen auch. Ich habe dann am Anfang gedacht, okay, vielleicht will man ihn auch so ein bisschen aus dem Fokus nehmen, weil er ja auch tatsächlich echt eine harte Nummer mitgemacht hat und er vielleicht einfach so ein bisschen selber gefragt hat, ey, ich will ihn den Kopf freikriegen. Da habe ich gedacht, gut, vielleicht hat man sich dann eine Verletzung genommen, scheint nicht so zu sein. Und umso übler ist diese Verletzung, weil das sind Verletzungen, ich glaube nicht mal, dass du da wirklich konkret vier, fünf Monate sagen kannst. Das kann, ich sage mal, das kann auch drei bis neun Monate sein. Also das ist wirklich auch eine ekelhafte Verletzung, wo du wirklich, wo es auch schon Spieler gab, die dann, wo diese Verletzungszeit abgelaufen war, die angekündigte, dann nochmal drei Monate gefehlt haben, weil es halt nicht besser wird. Und das ist echt so ein sensibler Bereich. Also ich glaube, ohne das zu sehr zu dramatisieren, dass wir Thoreau erst in der nächsten Saison wiedersehen und, ja, ich wiederhole es da mal, da muss im Winter was getan werden, wenn man das Niveau halten will. Das muss man auch dazu sagen, weiß man bei der Eintracht nicht, wir waren im Winter oft in der Situation, dass uns bei Schlüsselpositionen wichtige Spieler gefehlt haben und wir haben nicht nachgebessert. Wenn man aber das aktuelle Niveau und die Rückrunde auch einigermaßen erfolgreich gestalten will und die 16. Finale, Viertelfinale, Achtelfinale, alles, was da vielleicht noch kommt, dann muss man, glaube ich, Und die Chancen packen will auch. Genau, das ist es. Und diese auch nach außen hin. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr eins zu eins die gleiche Diskussion auf einer anderen Position, wo wir gesagt haben, wenn du jetzt noch jemanden holst, gibst du auch ein Statement ab, zu sagen, okay, wir wollen uns da festkrallen. Das ist damals nicht passiert, das ist okay. Hat man dann auch gesehen, wie es dann gelaufen ist, zumindest in der Bundesliga. Ich bin gespannt, was für ein Statement man jetzt im Winter nach außen sendet. Ich glaube, das ist klar, dass wir Torot diese Saison nicht mehr sehen. Wenn der jetzt vier, fünf Monate ausfällt, mal ein Minimum, dann bist du halt wirklich gerade so in der letzten Phase der Liga mehr oder weniger. Und wenn es dann da noch um irgendwas geht, was wir alle sehr stark hoffen, dann willst du da jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Experimentierforszen haben, wenn du auf der anderen Seite eine Mannschaft hast, die dann hoffentlich aufeinander eingestimmt ist. Also das Thema ist durch. Ja, leider, leider. Also hoffen wir mal, dass die Eintracht da ganz genau aufpasst, wer möglich ist, ob da was geht in Sachen Neuverpflichtungen, es wäre zu wünschen. Das muss die Eintracht machen. Ja, ganz klar. War auch eine Frage, der Julio uns geschickt hat. Was unsere Meinung ist, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Und er hat auch geschrieben, entweder halt eben kaufen oder halt vielleicht auch eine höherpreisige Laie bis Jahresende von jemandem, der gerade irgendwo nicht so wirklich zum Einsatz kommt. Ja, sehe ich genauso. In der Richtung auf jeden Fall, ja. Es muss halt möglich sein. Die Frage ist halt, wen gibt es in anderen Kadern, vielleicht gibt es auch im Bundesliga-Bereich jemanden, der nicht so zum Zug kommt, wie man sich das wünscht. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wir wären natürlich schon als valider Konkurrent gesehen. In der Bundesliga selbst wird nicht jeder uns irgendwas ausleihen, ja. Gehe ich fest von aus. Also wenn wir Düsseldorf werden, und ich bin froh, dass wir es nicht sind, werden wir in einer anderen Position. So ist es halt, dann wirst du im deutschsprachigen Bereich kaum Leute bekommen. Müssen wir gucken. Ich bin gespannt, aber ich glaube, wir haben jetzt, und das ist der kleine Vorteil, es ist jetzt noch November, bis das Transferfenster öffnet, das ist die Anfang Januar. Das heißt also, da hat die Einer noch ein paar Wochen Zeit und da werden sich alle Beteiligten, glaube ich, ganz warme Gedanken machen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Thema. Gedanken hat man sich auch gemacht, was das Thema Montagsspiele angeht. Da gab es vorhin einen Beitrag, den ich auf dem Kicker gelesen habe, dass man sich darauf verständigt hat, dass nach dem Ablauf der aktuellen TV-Rechte, die bis Ende der Saison 2020 gelten, dass man mit den neuen Rechten, nee, bis 2021, so rum, genau, dass man danach mit dem neuen TV-Paket, was vergeben wird, dann auf die Montagsspiele verzichten wird. Dafür wird es mehr Sonntagsspiele geben. Ja, ich meine, niemand liebt Sonntagsspiele wahrscheinlich, aber Montagsspiele sind auch viel beschissen. Und ich meine, ja, das ist ja genau der Punkt. Am Sonntag musst du halt wenigstens, weißt du auch, musst Montag vielleicht früh raus, aber Montag musst du halt in der Regel arbeiten, ja, oder sonst irgendwas tun. Und dann, oder Leute, die aus, keine Ahnung, es gibt viele Fulda- oder auch Kasseler Eintracht-Fans, ja, lass die mal zu dem Spiel halt fahren, nach Frankfurt. Das ist halt einfach Kacke. Ja, oder halt noch auswärts spielen. Also fahr mal irgendwie halt auswärts, wenn du irgendwie von... Montagabend, danke. Ja. Brauchst jetzt nur noch einen Urlaubstag im Endeffekt. Vorher musstest du Montag und Dienstag freinehmen und so kannst du jetzt zumindest dann am Sonntag und bleibst am Montag zu Hause. Nein, es ist tatsächlich, ist ja ein Weg in die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt, wie es dann sein soll, ob das dann auch so ein 2015-Spiel sein soll. Da wird es wahrscheinlich auch schwierig mit, der Fernsehplatz ist ja doch oft auch reserviert. bin ich gespannt, wann dann diese Anpfiff-Zeit ist auch. Kann man nicht vorstellen, dass Head-to-Head gegen Tatort geht. Ja. Zuzutrauen wäre ihnen halt auch, dass sie dann irgendwie sagen, zwei Spiele 13.30, zwei Spiele 15.30 und eins irgendwie 17.30 oder so. Glaube ich auch. Aber das mit zwei Spielen gleichzeitig, das ist ja gerade das, was sie nicht wollen, dass du mehr diesen Fernsehplan auseinanderreißen kannst, dass du wirklich nur ein Produkt... Einzelnen. ...dass du nur eins gleichzeitig gucken kannst. Das ist ja eigentlich das, was sie wollen. Also ich denke, dass wir uns von diesem schönen System, Konferenz etc., das ist ja ein System, was eigentlich am wenigsten, ist zwar ein schönes Produkt, aber ja, was im Endeffekt am wenigsten Bandbreite einnimmt und dadurch auch am wenigsten Geld wahrscheinlich einspült. Es ist trotzdem für mich ein positives Zeichen. Gleichfalls, ja. Ein positives Zeichen zu sagen, ey, man ist vielleicht doch nicht ganz hilflos mit den ganzen Sachen und unsere Tennisballaktion hat vielleicht auch einen kleinen Prozentsatz dazu beigetragen, zu sagen, ey, wir haben da keinen Bock drauf und ein bisschen zu zeigen, alles könnt ihr nicht mit uns machen. Auch wenn es jetzt nur eine kleine Sache ist, aber vielleicht ist das, wir kommen ja vielleicht später noch mal ein bisschen zu den Football-Leaks, dass es vielleicht doch nicht so hoffnungslos ist. Also wie der Hauptmaster, Fußball 2000 gesagt hat, akzeptiert einfach alles und der Marvin da interveniert hat und gesagt hat, nee, vielleicht muss man wirklich die Themen hochhalten und darf da nicht locker lassen, weil vielleicht kleine Sachen am Ende doch Erfolgsversprechen sind und mich hat das gefreut, zu sagen, ja, danke, wir hatten keinen Bock drauf, wir haben das gezeigt und ihr habt es jetzt abgeschafft, weil ihr auch ohne uns auch nicht könntet. Das ist eine wichtige Botschaft für mich, dass sie auch wissen, ja, ganz ohne Stadion, Fans ist dann auch blöd. Das ist genau der Punkt. Ich bin da auch genau auf deiner Meinungsseite definitiv, es hat auch Carsten Schellhorn, unser guter Freund, der auch gesagt, der auch jetzt in einem Audiokommentar gemeint hat, naja gut, es ist schon so, dass die Fans viel erreichen können und dieser ständige Protest, weil es war ja auch nicht nur bei den Frankfurter Montagsspielen, sondern auch bei anderen Montagsspielen, es war ein stetiger Protest, der gezeigt hat, das ist für uns nicht vereinbart. Das ist kontraproduktiv für den Fußball, für die Bundesliga und, wenn man es auch darüber hinaus sagen, die Eintrachtführung hat ja auch dementsprechend schon im Vorhinein gesagt, dass sie das als nicht optimal empfindet, das war ja auch ein Kommentar, den ja auch Hellmann unter anderem mal getätigt hat und ich glaube, das ist ein richtiger und ein wichtiger Schritt und es ist auch ein Zeichen, Fans sind nicht komplett, erstens nicht hilflos und zweitens auch nicht ohne Stimme und mit geballter Macht kann da was passieren und natürlich waren diese Protestaktionen, wie halt, als wir gegen Red Bull gespielt haben, schon ein deutliches Zeichen. Insofern, super Sache, dass sie da jetzt eingelenkt haben, das kann aber auch und das muss man auch mal dazu sagen, im Grunde auch für die Bundesliga-Vermarktung wieder von Vorteil sein, weil negative Bilder willst du auf Dauer auch nicht produzieren. Ja, das ist richtig. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, sind jetzt jetzt nochmal Fan-Proteste angekündigt, die werden sie auch mit Sicherheit nochmal durchziehen, einfach um das Thema nochmal klar und deutlich zu verstärken und dann schauen wir mal, wie die zukünftige Fernsehaufteilungspläne da sind. Ich glaube, da werden sie ja auch relativ zeitnah dann irgendwie was bekannt geben, mir vorzustellen und dann schauen wir mal, ob wir dann gleichzeitig noch gegen sonntags 10.30 Uhr Spieler als nächstes protestieren müssen. Naja gut, natürlich, das wäre jetzt die nächste Hölle, die uns da passieren könnte, aber 10.30 Uhr, also ich meine, also im durchschnittlichen Fortschritt... Da läuft Doppelpass, also sie müssten zumindest danach anfangen. Ja, aber da hat auch jeder noch gerade seine Unterhose an, also insofern 10.30 Uhr, da kommen nicht ganz so viele um die Uhrzeit wirklich aus den Puschen, also naja, ich hoffe, dass auf solche Physiomantenten verzichtet. Ja, wann du welchen Kleidungsstil wählst, das ist ganz dir überlassen, lieber Marvin. Das ist richtig, zum Glück. Noch keine Unterhose, Marvin, noch keine. So, kommen wir vom Montagsspiel zum Montagmorgen der Fußballgegner, wie Basti ist so schön betitelt hat. Wir spielen nicht am Montag, nicht am Sonntag, nein, wir spielen am Samstag 15.30 Uhr in Augsburg. Freut ihr euch da? Auch eine Weile her, eine Weile her, wirklich, dass das mal der Fall war. Dass wir Samstag spielen, oder dass wir gegen Augsburg spielen? Ja, also Augsburg ist okay, finde ich, aber Samstagmittagsspiel ist tatsächlich mal schön, ja. Also Augsburg kommt mir gerade sowas von ungelegen irgendwie. das ist der Gegner, gegen den ich gerade echt mit am wenigsten spielen will. Ich finde die gerade nicht so berauschend. Aber was sagen denn die anderen? Kannst du verstehen, ich würde mich eigentlich auch aktuell lieber, wenn man das immer so auf sich bezieht, aber lieber mit Mannschaften messen, die relativ weit vorne stehen. Ich würde gerade ganz, ganz gerne gegen Dortmund spielen. Ich hätte mega Bock auf die Bayern aktuell. Das sind so Spiele, wo ich sehen will, wie die Eintracht mit denen zurechtkommt. Und dann kommt Augsburg. Aber Augsburg ist doch ganz ordentlich drauf gewesen. Das geht mir doch nicht darum, dass Augsburg gerade ganz ordentlich drauf ist. Das ist mir doch scheißegal. Die einzige Qualität dieser Mannschaft ist doch wesentlich geringer anzusiedeln als Dortmund oder Bayern. Das ist doch der Punkt. Also weißt du, ich will sehen, wie die Eintracht spielerische Situation besser lösen kann. Und dass Augsburg momentan auf der 10 ist, gebe ich dir vollkommen recht, die spielen momentan wieder einen ordentlichen Ball, haben sich einigermaßen gefangen. sind mega unangenehm, gehen mir aber persönlich auf den Sack, weil deshalb wieder so ein kontraproduktives Spiel ist. Und ich will einfach aktuell mal sehen, wie spielt die Eintracht gegen Gegner, die du höher einschätzt. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Eintracht jetzt gerade so ein bisschen die Zeit ist, wo sie mit diesen Mannschaften einfach mithalten kann. Ich will gerade ein aktuell aktives, ein attraktives Spiel sehen, der Eintracht. Und ich kann dir jetzt sagen, gegen Augsburg wird es jetzt keinen Zucker schlägen. Ja, aber das ist interessant, weil eigentlich, ich will eigentlich, ich will es nicht eigentlich, aber es ist für mich trotzdem, ich will es nicht unbedingt, aber es ist für mich interessant zu sehen, wie die Eintracht diese Aufgabe jetzt löst, weil das ist wirklich für mich mit die maximal schwierigste, die du jetzt haben kannst. Weil wir haben es in Nürnberg gesehen, da war ein unangenehmer Gegner, der war aber, der ist nicht ganz so auf dem Niveau von Augsburg und da hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ich bin gespannt, was für Lehren man aus dem Nürnberg-Spiel zieht, weil du kannst diese, diese rauschhaften Heimspiele, die wir teilweise hatten, gar nicht dann mit so einem Alltagsspiel vergleichen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was passiert, wenn unsere Büffelherde so ein bisschen hart angegangen wird bei der Kälte und dann ist es eben nicht, da gibt es eben nicht diese beeindruckende Kulisse, da gibt es eben keine Choreo, dann ist nicht diese überragende Stimmung. Das ist grauer, grauer Kneckebrot, Liga-Alltag und das Kneckebrot ist auch noch härter als gedacht, weil Augsburg wirklich, glaube ich, einigermaßen gut in die Saison gekommen ist und das ist für die Eintracht ist das echt eine harte Prüfung und das ist das, was es für mich sehr, sehr spannend macht zu sehen, okay, wie nehmen sie das an und wie, weil wenn die Eintracht das jetzt auch noch gewinnt, Leute, dann weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dann kracht die Euphoriebremse komplett durch und der Wagen steuert unkontrolliert wo auch immer hin. Dann hat sonst keiner eine Unterursache. Ich hätte mir das nur noch schöner vorstellen können, wenn wir im Endeffekt ein Heimspiel gehabt hätten. Jetzt hatten wir diese dämliche Länderspielpause, die kein Mensch gebraucht hat. Wir waren gut im Flow. Ich hätte jetzt gerne direkt ein Heimspiel gehabt. Dann hätte ich gesagt, klar, Augsburg richtig geil, auswärts ein bisschen schwierig, dann auch so ein unangenehmer Gegner. Marvin, ich bin voll bei dir. Das wird ein ätzendes Spiel. Das wird auf jeden Fall so sein, dass es eher kampfmäßig, du wirst wahrscheinlich eher sehr viel im Mittelfeld geblänkelt haben etc. Ich hoffe aber auch drauf, dass wir endlich ein bisschen auch schon den Schritt gegangen sind, um auch so Spiele locker zu gewinnen oder auch zumindest zu dominieren und nicht wieder wie, ihr habt es schon angesprochen, Nürnberg, das war halt wieder so richtig ätzend und auf dem Niveau sehe ich es eigentlich. Klar hätte ich es gerne als Heimspiel gehabt um die Kulisse jetzt, dass einfach vielleicht der Mannschaft das ein bisschen einfacher gemacht wird, aber ansonsten finde ich, nach so einer super Serie ist Augsburg doch eigentlich ein guter Gegner. Ja, theoretisch, also theoretisch schon und auch eine Mannschaft, die du wirklich besiegen kannst, weil sie natürlich offensichtliche Schwächen trotzdem haben, trotz der Tatsache, dass sie, sag ich mal, auf den Außen jetzt zum Beispiel ganz gut besetzt sind. Ich hatte ja bei Fußball 2000 schon die Torhüterposition angesprochen, bei der ich nicht überzeugt bin. Es gibt auch noch andere Schwächen und wenn wir die eigene Qualität, die wir natürlich auf den Außen, aber auch gerade in der stabilen Mittelfeld eigentlich immer haben, ja, dann wird es für die Augsburger schwierig sein, auch selber vielleicht ein bisschen das Spiel zu machen, weil sie spielen zu Hause. Da müssen, vielleicht können wir auch ein bisschen mehr auf Konter und dann schnelle Umschaltaktionen lauern. Aber das A und O ist einfach, dass wir weiter so bissig und weiter aber auch pushen. Also, dass wir den Gegner früh vor Probleme stellen, dass wir wieder wirklich Pressing bis zum Geht nicht mehr spielen. Das war ja auch das, was ich gegen Nürnberg so ein bisschen vermisst habe und das ist ja schon wirklich ein paar Spiele wieder her. Aber du musst halt so aggressiv selbst total unbequem sein und wenn du das bist, ich glaube auch, dass die Augsburger noch nicht so gesettelt sind. Die haben einige blöde Niederlagen auch zuvor kassiert vor drei, vier Spieltagen. Die sind noch nicht so hundertprozentig gefestigt und wenn du da ein bisschen heftiger dagegen bist, kann es schon gut ausgehen. Ja, ich habe da ein bisschen mehr Angst als der Marvin. Ich muss sagen, weil die haben zu Hause gegen Leipzig gut ausgesehen, die haben zu Hause gegen Leipzig glaube ich auch unentschieden gespielt. Die haben in Hoffenheim knapp verloren. Also das ist eine Mannschaft, also die kannst du dir glaube ich nicht herspielen. Die hören auch nicht auf. Die haben auch in Dortmund nicht aufgehört. Da haben die auch nur vier, drei verloren. Ich glaube ich sehr, sehr unglücklich durch den Freistoß. Die haben Freiburg vier, eins zu Hause weggehauen. Also die haben in München eins, eins gespielt. Also das sind schon Ergebnisse, wo du sagst, okay, da sind Teams, die sind mit uns vergleichbar und gegen die haben die auch irgendwie zumindest unentschieden auch gespielt und das ist so das Ergebnis, was ich vielleicht so im Kopf habe zu denken. Das wird vielleicht sogar, vielleicht wird es sogar ein gutes Spiel und das geht 2-2 aus oder so. Aber das wird, also ich, ich habe momentan, das hatte ich ja zum Beispiel beim Schalke-Spiel, habe ich ja gesagt, hier, da ist alles drin, die andere kann die auch weghauen. Aber das sehe ich beim Augsburg-Spiel nicht. Ich sehe zum Beispiel keinen deutlichen Eintracht-Sieg da. Also das ist so ein bisschen, das sehe ich jetzt noch nicht und umso geiler würde ich es natürlich finden, wenn es stattfinden würde, weil das wäre für mich, das ist für mich ein viel mehr Next-Level-Spiel als alle anderen, keine Ahnung, wenn wir irgendwie gegen eine gute Mannschaft spielen, weil das ist dann immer so etwas Besonderes. Das ist für mich das ultimative Next-Level-Spiel, weil es ein, das ist quasi ein Deluxe-Graupengegner, muss man nennen. Deluxe-Graupengegner. Ja, du hast schon recht, Basti, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil gerade gegen solche Teams musst du dich beweisen, wir sahen in der Vergangenheit öfters gegen die, vermeintlich besseren Teams in der Tat auch irgendwie besser aus, weil wir vielleicht auch mit dem Spielsystem dann irgendwie besser zurechtkamen, weil wir mehr Lücken hatten, da wird es jetzt definitiv keine Lücken geben und die werden da auch ganz ordentlich hin lang. Vielleicht kommt es uns ein bisschen gelegen, dass die auch gerade so ein bisschen personell am Wanken sind, der ein oder andere, der in der Länderspielpause unterwegs war, hat zumindest irgendwie schwere Knochen oder die ein oder andere Blessur davongetragen, nicht, dass ich da jetzt irgendjemandem Verletzungen wünschen würde, aber für uns könnte das gerade, wenn der ein oder andere noch so eine Sicherheitspause braucht, zu einem ganz guten Zeitpunkt kommen. Ja, kann auf jeden Fall sein und es ist auf jeden Fall auch interessant zu sehen, ob die Eintracht wirklich dieses, ja, diesen Bann durchbrechen kann, irgendwie noch seit 1963 nicht mehr in Augsburg gewonnen. Das ist schon eine Ausnummer, auch wenn man natürlich nicht jedes Jahr gegen die gespielt hat, ne, auch klar. Aber das ist schon crazy, oder? Ist schon ein Moment, ja. Als ich das hörte, beziehungsweise Lars sagt ja auch so, okay, das ist eine kleine Ansage. Ja, ist auch halt, die Mentalität muss stimmen, du hast dann das wichtige, oder wichtig in Anführungszeichen, du hast dann das besondere Spiel wieder, dann drei Tage, vier Tage später. Was du halt schon im Kopf hast, zwangsläufig. Genau, genau. Also es ist im Endeffekt schon was, das zeigt, ob die Mannschaft jetzt schon an dem Punkt angekommen ist, wo ich hoffe, dass sie sind. Und dass der Trainer im Endeffekt auch schon so die Mannschaft erreicht, dass es auch richtig dosiert. Du kannst natürlich hier jetzt auch, musst natürlich gucken, normalerweise gegen Marseille, mal schauen, wie das Spiel läuft, etc. Aber es ist im Endeffekt jetzt was, im Liga-Alltag musst du einfach gegen Augsburg normalerweise die drei Punkte holen. Und ich hoffe auch, dass da so, der Augenmerk drauf liegt, dass du im Endeffekt die Kräfte entsprechend verteilst. Und deshalb bin ich auch froh, um nochmal kurz diese Verletzten und Rückkehrer nunmehr zu sehen. Das wäre natürlich toll, wenn wir dann irgendwann auch da noch ein bisschen mehr variieren können. Und ja, ich hoffe, dass da im Endeffekt wir schon den nächsten Schritt gegangen sind und am Samstag wirklich da drei Punkte mitbringen. Krass. Wird eine mega spannende Partie irgendwie, ja. Das ist auch wieder so ein Spiel, das sage ich auch oft, das ist trotzdem auch wieder so ein Spielglücksspiel. Also was ist ja, wenn wir dann irgendwie in der zehnten Minute einen Echtball kriegen, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es bewahrheitet sich halt oft. Das kann für Augsburg gut ausgehen und für uns auch. Wenn du irgendwie, dann kullert ein Ding rein, dann führst du 1-0 und dann endet sich das ganze Spiel, weil der Marvin hat es gesagt, die spielen dann daheim und wenn wir dann vielleicht schon mal irgendwie 1-0 führen, dann müssen die ja von, soweit die eh schon aufmachen, müssen noch ein Stück weiter öffnen und dann glaube ich, dass wir vorne alle Qualität haben, um da nochmal zuzustechen. Aber du musst halt diese Büchse öffnen und wir hatten in dieser Saison öfter das Glück, dass diese Büchse durch verschiedenste Weisen geöffnet wurde. Vielleicht klappt es in Augsburg wieder und wir gewinnen da und dann fangen wir halt weiter auf diese Achterbahn. Das ist doch geil, Alter. Ja, aber du hast halt auch schon recht, du musst die Büchse halt erstmal irgendwie aufkriegen und auf spielerische Art und Weise das Thema irgendwie zu lösen. Das war immer noch so ein bisschen der Punkt, wo wir noch nicht zum Klassenbesten bislang gehört haben. Oh, naja, jetzt ist aber mal gut. Also wir haben jetzt die letzten Spiele schon, also ich meine, ich weiß nicht, welche Spiele du gesehen hast, aber ich meine, wir haben gegen Schalke 3-0 gewonnen, wir haben gegen Stuttgart 3-0 gewonnen, das sind jetzt auch keine Taken-Trupps und da haben wir auch spielerisch teilweise schon Tore erzielt, wo ich sagen muss, ja, da läuft's. Also auch alles nicht nur Spielglück, aber es ist ja ganz klar, dass du Augsburg halt auch wirklich extrem ärgern musst und wo kannst du das machen? Das kannst du machen, indem du die Torhüter loot beispielsweise, wenn der spielt, dass du den vor Aufgaben stellst, die ganze Zeit vor Aufgaben stellst, dass du ihn eng stellst, dass du, wenn er abstößt, dass du ihn bedrängst, solche Sachen. Du musst auch unbequem spielen und dass du die einzelnen Schwachspiele wie von Augsburg, wie Khedira zum Beispiel, Khedira ist ein akzeptabler Bundesligaspieler, ist aber der einzige von der defensiven Dreierkette, der mich nicht, sag ich mal, in internationaler Klasse irgendwie attestieren würde. Hinteregger ist für mich zwei Nummern besser. Hol Willoy, wie der auch, der immer ausgesprochen wird, keine Ahnung, ob das stimmt, der ist auch zwei Nummern besser. Aber Khedira, da kannst du den ärgern und gerade, wenn wir dann auf den Seiten so jemanden haben wie Kostic, der den vielleicht auch ein bisschen überrennt, so ein bisschen auch bedrängt und so weiter und so fort, genau da müssen wir rangehen und wenn wir die beiden Spiele ein bisschen verunsichert haben, geht da was. Und das muss natürlich auch die Einstellung der Frankfurt Eintracht sein und dann bin ich optimistisch. Aber du musst halt, das hat der Basti auch bei Fußball 2000 angesprochen, du musst halt auch bereit sein und musst dich jetzt nicht aufgrund der Witterungsbedingungen jetzt irgendwie zurücknehmen. Can you do it on a cold day in Augsburg? Ja. Sendungstitel incoming. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt schon recht, wir müssen die von Anfang an viel unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen und wenn dann einmal die erste Murmel da drin liegt, danach wird es definitiv einfacher werden. Es ist auch ein bisschen jetzt diese Woche, die ein bisschen, das stellt trotzdem, klar hatten wir jetzt erfolgreiche Wochen, aber diese Woche stellt trotzdem die Weichen für Weihnachten. Du hast jetzt zwei Gegner, die du trotzdem beide schlagen könntest, zumindest drei, vier Punkte holen kannst, womit du dich da oben ein bisschen festbeißen würdest. Mit dann noch Ölstück danach, ne? Nein, ich meinte ja, das waren die zwei Spiele, die ich meinte. Ja, nee, das meine ich, das war die Frage. Ach so. Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Es ist Wolfsburg dann noch nach. Nein, genau, ich spielst draußen gegen Wolfsburg und dazwischen spielst du noch gegen Marseille, wo du dann quasi so genau, das Spielgurt-Spiel vielleicht hast. Da kannst du ein bisschen die Speisekarte für Rom bestellen, äh, was quasi da, worum es dann da geht. Also das ist so ein bisschen, weiß man dann schon, was der Dezember uns vielleicht bringen würde, wenn wir, ja, wenn wir wissen, wie diese drei Spieler ausgehen und die halte ich für sehr, sehr wichtig, auch wenn die vielleicht auf dem Papier nicht so dramatisch klingen wie vorangegangene Spiele, weil wir sind in der Europa League schon weiter, dann denkt jeder, gut, jetzt spielen wir gegen Marseille zu Hause, aber diese zwei Bundesliga-Spiele dann auch noch da, äh, als Sandwich dazu, das ist, glaube ich, schon entscheidender, als vielleicht viele auf den ersten Blick meinen, finde ich. Weil du den Liga-Alltag auch bewältigen musst. Ja, weil das halt, ganz ehrlich, sind wir ehrlich, das ist auch jetzt nicht böse, ich meine, ich hoffe, dass jetzt nicht wieder sich alle angegriffen fühlen, das sind halt aber auch zwei Kack-Gegner, also Augsburg und Wolfsburg, das ist ein Spiel, wenn die beide gegeneinander spielen, das schaue ich mir nicht an. Das ist trotzdem so und der Marvin hat es gesagt, ich glaube, es ist trotzdem was anderes, wenn du daheim, auch als Spieler, daheim gegen Schalke spielst oder daheim gegen Marseille, als wenn du dann halt wirklich bei zwei Grad in Augsburg spielen musst und dann sonntags um 18 Uhr vor vier Auswärtsfans gegen Wolfsburg. Also es ist trotzdem was anderes, glaube ich. Und das wird Moderation, das wird auch so wichtig sein, sich dementsprechend zu motivieren, weil genau, wenn du genau mit diesem Gefühl, was wir haben, irgendwie reingehst, verlierst du halt die Dinger, denn Augsburg hat halt eine extrem starke Mannschaft. Wir brauchen jetzt nicht die einzelnen Spieler, aber ich kann es tun, wie Finn Balogasan. Ich habe letztens auch schon über Richter genauer gesprochen. Das ist eine richtig gute Offensive, die uns absolut wehtun kann. Umso wichtiger ist es halt, dass wir in der Defensive so gut stehen, dass wir nichts zulassen und gleichzeitig wir aggressiv genug sind, um die irgendwie zu stören. Aber das ist halt genau das Ding. Wenn du dann so rangehst, auf Augsburg habe ich gerade keinen Bock, dann kriegst du richtig, dann holst du dir zum ersten Mal seit irgendwie neun Spielen wieder eine Niederlage und das muss es halt auch nicht sein. Und Augsburg, darüber werden wir dann nächste Woche sprechen, aber die gehen mir ja noch mehr auf den Sack. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch, wie wir da uns gegen den Gegner Augsburg begeben werden? Ich glaube, dass unsere, ich glaube mittlerweile kann man es schon sogar nennen, unsere A11 spielt und das stellt sich ja jetzt durch Torosverletzung schon selber dann quasi auf. Also A11 plus Büffelherde, glaube ich. Das heißt, du hast wieder vorne Halea, Jovic, Rebic im Dreierverbund. Degusman, Fernandes, die Fünferkette und Trapp, ja. Genau. Kostic, Degusman. Ich schreibe das hier mal wieder mit, dass wir das dann auch nochmal dokumentiert haben. Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht Gasinovic mal wieder in die Startelf rückt, aber muss ja im Endeffekt eventuell, kommt er auch erst als Einwechselspieler. Aber ich denke, er ist relativ nah an der Mannschaft. Haben da auch ein bisschen drauf an, wie Jovic und Rebic von den Nationalmannschaften kommen, glaube ich. Also, dass vielleicht einer von den beiden auf die Bank geht, weil er vielleicht noch ein bisschen platt ist und dann gegen Marcel und Wolfsburg dann spielt. Also, ich gehe nicht davon aus, dass ich alle drei, Spiele mit der Büffelherde machen. Ich glaube, das wird so ein bisschen durchgemischt. Muss man mal gucken. Aber da, ihr seht, dass ich mich das gar nicht so krass beschäftige, weil das ist für mich auch kein Drama, wenn einer von denen mal draußen sitzt, umso geiler ist es. Also, wie früher, ich habe es auch schon oft erwähnt, früher haben wir oft, wusste ich nicht mal, einen Stürmer, den ich geil fand. Jetzt haben wir da drei Stück, wo du einen sogar nach draußen lassen musst. Oder ich weiß, wenn du dich mehr freuen sollst. Ja, es ist halt echt doof. Also, ich erinnere, es ist noch nicht lange her, da haben wir mit Stoßstürmer Hörgotha gespielt und uns gewundert, dass dieser arme, schmächtige Kerl da vorne, gegen zwei Innenverteidiger, keinen Stich macht. ich muss nochmal sagen, Grüße. Ja, ja, stimmt schon. Also, das ist in der Tat so ein Luxusproblem, was wir da gerade haben, was wir seit langer Zeit nicht konnten. Ja, also, wenn ich überlege, ob ich mir jetzt überlege, ob Rebic, Jovic, was weiß ich, wer da spielt, und früher war klar, dass Matt Moore spielt. Also, das ist schon eine andere Zeit. Oh, das tat gerade irgendwie weh. Kweikel wird ja rausgeholt. Genau. Kweikel. Dreimal besser als Gomez, hat Laurent damals gesagt. Ja. Oder, wie hieß der, wie hieß der, der Elefantenstürmer, war das, das war nicht Kweikel, da gab es noch einen anderen. Das war Kweikel. Das war doch Kweikel hier, der, der, aber es gab da noch einen anderen. Der Oberschenkel hatte wie andere Leute Bauchumfang. Ja, genau, aber wir haben noch, wir haben noch andere, also wirklich, Rob Friend, Rob Friend, Kwe Maha, genau. Heilige Kalle. Heidewitzka. Da war schon echt was dabei. Feinschmecker. Da, da war echt, also ob das jetzt Feinschmecker war, weiß ich nicht, aber da war, da war schon viel dabei, ja. Ja gut, dann haben wir die Ausstellung doch recht schnell durch. Dann dürft ihr jetzt mal noch sagen, was ihr tippt. Ich bleibe bei meinem Tipp leider vom Fußball 2001 für Augsburg. 1-0 für Augsburg. Tippst du da auch drauf, also wettscheinmäßig? Das schaue ich morgen, äh, im Wettbrötchen. Den hast du mir jetzt nicht. Dieser Name. Den hab ich dir, den hab ich, das hab ich dir auf den Teller gelegt, das Wettbrötchen, und hab noch ein Kerzchen reingekommen. Und ich hab's direkt in einem Bissen aufgefressen, mit Kerze. Mit Kerze. So, so kennen wir dich. Rustikal bis zum Umfallen. Wettbrötchen, euer Sportwittenssnack, viel zwischendurch. Grüße. Ja. Kannst du gleich mal erzählen, was du da so genau machst, find ich eigentlich mal interessant. Das machen wir gleich bei den Empfehlungen, da kann Basti sich selbst empfehlen. Ähm, Marvin, was tippst du denn? Ich bleib beim 2-0 für die Eintracht. Du bleibst beim 2-0 für die Eintracht. Dennis? Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Wo sagst du, wir gewinnen 1-0, den würde ich mitgehen. also 1-0, irgendwas. Dreckige Kiste. Es hat mir ganz gut gefallen mit dem Freistoß in der 10. Minute, den machen wir und danach gibt es einfach nur noch eine Mittelfeldschlacht und dann gehen wir als Sieger vom Platz aus. Nee, nee, nee. Wir machen das 1-0 in der 85. Okay. Nee, nee, René, so ein Spiel halte ich nicht aus. Nee. Ja, aber ganz ehrlich, in der 10. Minute ein 1-0 schießen und dann irgendwie, das Spiel verwalten, das hältst du auch nie aus. Ja, dann soll halt Augsburg noch zwei rote Karten kriegen. Unberechtigt. Auch in Ordnung, genau. So ein Spiel will ich jetzt. In einem körperlichen Spiel halte ich das auch gar nicht für so unwahrscheinlich, dass da die eine oder andere Karte über den Platz liegt. Wir brauchen echt so ein Spiel, ein Augsburger Verteidiger macht irgendeine Dummheit, dann sind die plötzlich nach 8 Minuten schon zu 10. Einer macht es 1-0, 2-0 und dann plätschert dieses Spiel dahin und eigentlich weiß man 60 Minuten lang, dass alles in Ordnung ist. Hoffentlich. So was will ich immer wieder haben. Ein Balldrehanspiel. Ein Balldrehanspiel. Klingt gut. Ja, könnte auch was werden. Wir werden nächste Woche berichten, was es dann am Ende war und mit wie viel Balldrehern, was die am Ende das Spiel erlebt hat oder auch nicht. So, bevor wir dann gleich zu Empfehlungen und anderen Dingen kommen, müssen wir erst mal zu diesem hier kommen. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir sind angelangt bei den Dummschwätzern der Woche und lösen natürlich wie immer als erstes auf, wer letzte Woche denn das Rennen gemacht hat und gewonnen hat, das waren das so viele Nominierte, dass wir das gar nicht, dass es gar nicht angezeigt wird. Ja, da haben wir es. Der Herr Beuth hat natürlich mit überragenden 54,1% gewonnen, Erdrutschsieg würde man sagen, für seine Aussagen zu Fans, Pyro und Haftstrafen. ist, glaube ich, mehr als verdient an dieser Stelle. Alles gut, ja. Krass eigentlich, dass er sich gegen so viele Leute mit trotzdem so einem hohen Ergebnis durchgesetzt hat. Sollte ihm zu denken geben. Ja. Ja. Sollte sich hinterfragen. Vor allem gegen wen auch alles. Also das war ja jetzt keine... Ich wollte gerade sagen, da waren jetzt... Keine Laufkundschaft in dieser Kategorie. Ne, Uli H. war auch da, der ist Zweiter geworden, hat aber auch nur 24% eingesackt. Und Britta Beuth ist der Rookie of the Year in der Dumpen-Schmerzer-Kategorie. Ja, also... Von 0 auf 100. Definitiv. Definitiv. Wahrscheinlich war auch das sein Ziel. Anders sind diese Aussagen auch nicht zu erklären. Liebe Grüße. Ja, genau. Wollte auch mal ein bisschen Fame vom anderen sterben. Ja. Dann schauen wir doch mal, wen wir da diese Woche auf der Liste haben. Ich ratte mal die ganzen Hörernominierungen durch und dann können wir mal gucken, was ihr noch so auf eurer Liste habt. Und wir fangen schon gleich mit einem wunderbaren Highlight an. Wir kommen aus einer Länderspielpause und da gibt es natürlich auch Menschen, die sich zu Dingen äußern. Und deswegen hat Mar Pilgrim nominiert Thomas Müller für seine wunderbaren Aussagen und ich lese es jetzt vor. Wir haben nach der WM ein paar Dinge verändert, auch was die Nähe zu den Fans betrifft. Wir haben uns in allen Spielen wirklich zerrissen. Ich denke, die Fans dürfen ruhig auch wieder mitmachen. Basti, du als noch Mitglied des Fanclub-Nationalmannschafts spricht dich das an? Ja, ich bin wieder voll, er hat mich mit der Aussage wieder voll ins Boot reingeholt. Mitten ins Herz, oder? Mitten ins Herz, auch die Choreo vom DFB-Fanclub, die war echt herzzerreißend. Und habe bei mir im Herzen im Herzen Aufbruchsstimmung angezündet, fließt wieder durch meine Adern. Das heißt, du verlängerst jetzt deine Mitgliedschaft im Fanclub-Nationalmannschaft. Lebenslänglich. Das ist so absurd. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Nummer zwei finde ich dann schon noch einen ganzen Ticken krasser und ich denke mal, dass wir da ein bisschen länger drüber sprechen müssen. Und zwar nominiert von Ed Taugewas, der Napoli für diese ganzen wunderbaren Aussagen und Taten rund um diese Degussmann-Sache. Ist schon irgendwie sehr absurd. Ihr wisst alle, was... Du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen. Genau, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Es gab einen längeren Artikel auf Niederländisch. Der HR hat das aber auch nochmal zusammengefasst. Also es war wohl so, dass er über Schmerzen klagte und der Mannschaftsarzt eine... Er sagt schon, wo habe ich sie denn jetzt hin? Eine Verletzung nicht gesehen hat, eine sehr immense und er dann aber auch keinen alternativen Arzt aufsuchen durfte und man ihm quasi unterstellt hat, er würde Schauspielern und ihn dann dazu gedrängt hat, zu wechseln und als er sich dagegen gewehrt hat, wurde man sogar handgreiflich ihm gegenüber. Also da ist echt alles schief gelaufen, was man da auch irgendwie nur sehen kann. Es ist halt echt total banan, wie du an der Stelle dem Spieler unterstellen kannst, er würde da jetzt irgendwie Schauspielern und dann auch... Wie kannst du bitte einem Menschen, der offensichtlich Schmerzen hat, nicht erlauben, zu einem Arzt zu gehen? Also was macht das für einen Sinn? Verstehe ich nicht. Das war schon echt eine dubiose Geschichte, auch dass er irgendwie mit dem Sohn vom Präsidenten, mit dem er es eigentlich gut verstanden hat, dann irgendwann in die Fresse gekriegt hat. Ja, Leistenbruch war es, das hatte ich gerade eben vergessen. Entschuldigung. Also es ist schon krass, was ihm da gefahren ist, aber ja, ein bisschen, ja, was heißt froh sein, aber so, vielleicht wäre er sonst nicht bei uns gelandet, weil er vielleicht sonst ein Spieler gewesen wäre, der eigentlich für uns zu gut gewesen wäre, weil es gibt ja auch Aussagen von Van Gaal, der gesagt hat, er sieht in ihm wirklich einen zentralen Baustein des zentralen Mittelfelds in der holländischen Nationalmannschaft. und das ist ja schon eine Aussage, die für seine Qualität spricht und wenn er, er wird ja auch aktuell immer besser, also nach wirklich, nach anfänglichen Schwierigkeiten, als er herkam, wird er ja immer mehr zum Leistungsträger und das ist ein wichtiger Faktor, der dann auch so eine Auswahl wie von Toro zumindest jetzt bis zum Winter zumindest komplett ausgleichen kann. Also Gott sei Dank geht es ihm wieder besser, es ist natürlich echt krass zu sehen, was da abgehen kann, wenn man sich in die Lage versetzt. Stell dir mal vor, weil man darf nicht vergessen, nach diesen ganzen Vorfällen, dass er wirklich vor versammelter Mannschaft, wie ich es gelesen habe, wirklich mit der Faust ins Gesicht geschlagen bekommen hat, musste er noch vier Monate dort trainieren, indem er da ständig einsam um den Platz läuft und da reden wir nicht von Einzelszenen, wir kennen das alle aus dem Privatleben, wenn du irgendwie mal einen scheiß Tag hast mit irgendeinem einschneidenden Event, wo du echt schockiert bist und bist irgendwie ein paar Tage noch am Arsch, nee, nee, das ist ein Ding, was sich über vier Monate zieht, das heißt, er ist glaube ich mit vier Monaten wirklich mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren und joggt da aber alleine rum, das ist glaube ich nicht so einfach, das zu verarbeiten, wenn sich das über so einen Zeitraum zieht und du auf so eine Ablehnung stößt, obwohl du jetzt eigentlich nichts so Schlimmes gemacht hast. Ja, das ist sowohl körperlich als auch geistig eine sehr immense Belastung. Da können Leute dran zerbrechen, umso besser, dass er nichts zerbrochen ist, sondern auch, und das ist so offensichtlich, wenn ich ihn bei der Eintracht betrachte, seine Spiellust wieder zurückgefunden hat und offensichtlich auch große Freude daran versprüht oder verspürt, Teil dieser Mannschaft zu sein. Das ist eine richtig schöne Angelegenheit, das ist ein sympathischer Kerl und umso besser, dass er jetzt, sage ich mal, im anfänglichen Herbst seiner Karriere nochmal eine Station hat, in der es aktuell ja eh gut läuft und wo er auch selber sagen kann, er kann Akzente setzen. Ja. Ja. Machen wir mal weiter. Der nächste, die nächste Nominierung kam von Julio da Elba und zwar wird nominiert Sport1, die das Benefizspiel Ronaldillo gegen diese Adler Mannschaft übertragen haben und meinten, im laufenden Spiel sehr vollflächig Werbung zeigen zu müssen und das Begründeten mit der Aussage, naja, das müssen wir jetzt machen, weil das Spiel verspätet angepfiffen wurde. Wenn man aber mal guckt, was nach regulärer Anstoßzeit, zu welcher Spielzeit das gewesen wäre, dann wäre es so circa die 30. Minute gewesen. Also auch ein Zeitpunkt, wo du normalerweise noch keine vollflächige Werbung zeigst. Ein neuer Trend. Sky hat das nicht auch gemacht? Das hat Sky noch in dem Spiel Dortmund-Bayern gemacht. Angeblicher Fehler zufällig während der Auswechslung. Hier Klicker. Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn mir so zufällig ein Fehler unterläuft, dann sorge ich dafür, dass das beendet wird und dass dazu einer halt auch was sagt. Alles andere lässt eher so auf das Gegenteil schließen. Wenn wir hier mal Werbung machen sollten, machen wir das auch so. Oh, scheiße, der René hat hier auf den falschen Knopf gedrückt. Da kommt doch plötzlich die Werbung reingeschickt. In meiner heutigen Fettfingerigkeit könnte das sogar passieren. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen. So, und jetzt... Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung mehr, wo Sport 1 auf meiner Senderliste ist. Marvin. Du, ich wüsste nicht mal, wo ich meine Senderliste finde. Ja, also das zeigt auch, dass irgendwann sich Sport 1 noch ganz andere Dinge überleben muss. Du, ich weiß echt nicht mehr, welcher Sender... Ich kann mir merken, wo meine Sky-Sender sind für Fußball, die ich noch irgendwie ein paar Monate habe und dann ist das Thema halt aber auch wieder durch. Ich habe mal eine Frage apropos Sky. Ich habe jetzt einen Brief bekommen und die haben tatsächlich die Dreistigkeit, mich zu fragen, ob ich für dieses unsägliche Sky-Q auch noch 10 Euro mehr im Monat zahlen soll. Ja, sehr schön. Und? Sollst du? Ne, mache ich ja nicht, aber deinstallieren die mir das dann wieder oder wie passiert das? Was machen die denn? Puh, du kannst die Funktion davon nicht nutzen, aber welche Funktion Sky-Q bringt, habe ich keine Ahnung. Aber du kannst im Moment zumindest zu dieser Black Week es zum halben Preis buchen, wenn du das willst. Ich will das ja gar nicht haben, das ist es ja. Ganz ehrlich, was geht mir das alles auf den Sack? Sie haben Dinge angeboten und jetzt wollen sie sie beschneiden und du kannst, damit du alles nur weiter nutzen kannst, kannst du mehr bezahlen. Leute, Leute, Sky-Q. Wir halten uns das mal vor Augen. Ich fasse mal zusammen, was das ist. Das ist quasi, ja, so ein bisschen imitierte Menüführung wie bei Netflix. Das wäre so, als wenn Netflix jetzt sagen würde, ja genau, schlecht imitiert, völlig umständlich, funktioniert auch nicht immer, weil die manchmal dieselben Folgen einfach hintereinander doppelt abspielen. Völlig unübersichtlich, du musst, wenn du Sprache umstellen willst, in ein komplettes untermenüter Einstellungen gehen, kannst du es dann auch nur permanent umschalten, nicht pro Sendung wie früher. Für dieses Menü wollen die wirklich 10 Euro mehr haben. Das wäre wie, wie wenn Netflix jetzt sagt, ja dafür, ja, ihr zahlt jetzt quasi auch nochmal 10 Euro für unsere App extra. So, also einfach für eine Infrastruktur. Ist uns plötzlich eingefallen, tut mir leid, habe ich vergessen. Das kann nicht wahr sein, und ich hoffe, Sky wird das irgendwann merken und einfach wirklich, weil das ist ja nicht nur das, das ist ja ein kleiner Aspekt von dem, was Sky alles Kacke macht. Die Übertragungen sind unsäglich geworden, die Experten, die da rum sitzen, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wo das noch hinführt, weil wir sehen es ja, es gibt so viele Alternativprodukte, die das in kürzester Zeit mit kleinen Redaktionen so wesentlich viel besser machen. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil das ist zumindest zukunftsfähig nicht. Ich glaube, Karstadt damals dachte auch, die sind irgendwie zukunftsfähig geladen, haben sie ein bisschen für Schlafe. Tja, Nokia dachte das, glaube ich, auch mal. Ja, aber es muss an der Stelle auf jeden Fall Konkurrenz her, also ich finde auch, das kann auf der Stelle einfach nicht sein, solange die dieses Thema so handhaben können und da nicht irgendwie in Schwierigkeiten geraten, wird sich da auch über kurze Lange nichts ändern. Und wir brauchen einfach, was die Übertragung von Bundesliga angeht, mehr Konkurrenz. Ich nominiere den... Ich habe noch zwei Hörernominierungen, lass mich nicht gerade noch zu Ende machen. Ach, verdammt. Ja, die nächste wird euch gefallen, Hörernominierung von Lord Ox und er nominiert Reinhard Grindel für diese wunderbar abenteuerliche Begründung zu den wenigen Zuschauern beim Länderspiel und er sagte folgendes, ich zitiere wieder wortwörtlich. Welches Länderspiel? Muss es Montagsspiel gewesen sein, weil es ist ja unter der Woche, sagt er doch, glaube ich, oder? Genau. 20,45 ist für viele unter der Woche schwierig, hat er durchaus recht. Wir hatten knapp 36 Zuschauer, das ist das, was RB Leipzig bei vergleichbaren Spielen auch hat. Also ganz ehrlich, wenn RB Leipzig der Maßstab für Zuschaueranzahl und Fans ist, dann habe ich mit der Scheiße noch weniger... Noch mal für mich, noch mal für mich. Also Deutschland hat montags in Gelsenkirchen gespielt, richtig? Ja. Und der begründet, dass weniger Zuschauer da waren, weil Montag 20,45 ein Scheiß-Termin ist. Richtig. Ah ja. Und? Proteste, wenn wir dagegen protestieren, will er einen Hardliner-Kurs fahren oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden und er sagt... Das ist derselbe Typ, der E-Mails schreibt mit dem anderen Typ und so, hier, da müssen wir einen Hardliner-Kurs fahren, die haben Tennisbülle auf den Platz geschmissen. Ach, das ist ein Scheiß-Termin oder was, Reinhard? Das ist ein Scheiß-Termin oder was? Aha, aha, aha. Vielen, vielen Dank. Ja. Und der vergleicht ihn eben und gesagt hat, das hat er beleidigt, ich doch auch. Ganz ehrlich, behaltet es euch, steckt es alles in die Tüte, geht damit spazieren, ciao, Alter. Nee. Also, sowas aber auch. Der schafft es. Dieser Typ, boah, der war auch noch bei unserem Spiel, Nicosia dabei, ey. Kotzi. Aber war ja auch nicht Montag. Gottes Willen, da ist, ja, gut. Ja. Ist, äh, ganz großartig. So, und jetzt haben wir noch einen, der kommt nicht aus der Fußball-Ecke, ja, du kannst es nochmal versuchen, aber den musst du jetzt noch durchhalten. Nö, ich wollte nichts mehr sagen, ich sage jetzt nichts mehr. Gut. Ähm, kam von Joe2go gerade noch im Chat und zwar, ähm, mal etwas, was nicht mit Fußball zu tun hat und zwar wird, äh, nominiert Voice of Germany für diese wunderbare Aussage, sie ist von Geburt an blind und hatte viele dunkle Momente in ihrem Leben. Das kann ich gar nicht einordnen, sorry. Voice of Germany, was ist das? Das ist so ein Gesangstritra, dralala Ding. Ja. Ist zumindest eine, äh, glaube eher in Außenseiter. Ja. Wobei ist die Aussage schon, schon so ein bisschen schwierig. Ja, ja, Voice of Germany habe ich, glaube ich, seit fünf Jahren nicht mehr geguckt, aber auch da, ja, ich weiß nicht, ob da außerdem Spaß gemacht wird mit Leuten. Nee, ich glaube, da hat einfach jemand überhaupt nachgedacht bei seinem. Ja, also, wenn das, wenn das beabsichtigter Humor sein soll, dann finde ich es noch zweimal schlimmer als. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Also, so. Jetzt wollte Marvin eigentlich ursprünglich was sagen, aber da er ja jetzt sagt, er will nicht mehr, dann dürfen die anderen eben. Ich will Marvins Nominierung hören. Ja, ich will auch Marvins Nominierung, ja. Auf Marvin, hau raus. Ich nominiere den Schnurrbart von Thomas Müller, den er irgendwie zum Movember anhatte. Also, das habe ich, ich habe durch so eine Klickstrecke, bin ich auf Zufall, durch Zufall gekommen und ich habe noch nie so etwas widerlich hässliches gesehen, wie Thomas Müllers Schnurrbart zum Movember. Ich werde euch das irgendwie zukommen lassen. Bitte nicht. Unfassbar widerlich aus. Thomas Müller ist ja schon nicht der Hübscheste. Finde ich aber okay. Das hast du schön umschrieben. Finde ich okay. Ja, wir leben alle in unterschiedlichen Welten, also vollkommen akzeptabel, aber dieser Schnurrbart, den er da immer hatte, heilige Kacke, der Schnurrbart von Thomas Müller ist unfassbar. Unfassbar. Das ist meine Nominierung. Ich habe es doch gesehen, war das, wo habe ich denn das gesehen? Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. Beim Kicker kannst du es gesehen haben. Kann das sein? Nee, in irgendeiner Doku habe ich gesehen. Ich habe es in irgendeiner Doku gesehen über diesen Movember. Ach ja, als ich beim Aufwachen-Podcast war, haben die das eingespielt. Da ist ja gezeigt worden, da habe ich kurz gedacht, das wäre eine Fotomontage. Alter, wie unfassbar, ne? Ich twitterte das jetzt mal. Ach du lieber Himmel. Ich habe gedacht, das wäre nicht echt. Ich habe gedacht, das ist so, der hat da irgendwie sich so, also so ein Ding aufgeklebt, um da irgendwie Werbung für zu machen. Das war echt. Ja, offensichtlich. Also keine Ahnung. Ach du lieber Himmel. Er schüttert. Er ist tatsächlich schüttert. Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein keckes Spaßshooting von unserem lustigen Typ. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ach du, oh je, ja, hier sehe ich es. Okay. Ja, jetzt schon. Ich weigere mich, ich gucke mir das nicht an. Ich klicke nicht auf Bilddings und ich gucke mir den Kram an. Nee, ich habe so nicht getwittert. Ich muss die rechte Lage klären. Da habe ich versucht, da irgendwie drum herum zu kommen und jetzt hat der Joe das hier in den Chat gepostet und das Ding geht natürlich direkt auf. Na, gute Nacht. Genau. Wo hat der das Ding denn her? Das hat er doch von irgendeinem Besen abgeschnitten und sich ins Gesicht geklebt. Das hat doch keiner. Ja, aber deswegen sage ich, das kann ja nicht echt sein. So, ich habe das nochmal getwittert. Sieht wirklich aus wie ein Fake-Faar. Du lieber Bell. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, das ist doch echt schlimm, oder? Das geht nicht. Zu Recht die Dominierung, oder was sagt der? Sehr gut, sehr gut. Also das ist dann schon. Die gute Tat der Woche ist ja, dass er es abrasiert hat dann. Musterschmüller, Alter, das reicht auch langsam. Spätestens jetzt weißt du, dass du sowas nicht mehr verfolgen solltest. Spätestens weiß ich, jetzt habe ich mit der, das war der endgültige Bruch zwischen mir und der Nationalmannschaft. Ja, also ich habe zwei Dinge gelernt. Es gibt Menschen, die sehen mit Bart noch viel, viel schlimmer aus und jetzt weiß ich endlich, für wen diese komischen Klickstrecken mit Bildern gemacht worden sind. Puh, also. Das lässt mich einfach erschüttert zurück jetzt. Habt ihr weitere Nominierte? Hat mir geholfen jetzt. Ich habe jetzt gar nichts mit dem Bild. Nein, ich bin jetzt leer. Weiter Nominierte habe ich nicht. Dann haben wir da wieder eine wunderbare Auswahl. Dann dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie jede Woche abstimmen und dann schauen wir mal, wer nächste Woche das Rennen gemacht hat. Und dann kommen wir zu diesem hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Wir sind angekommen, wie ihr zwangsglaublich hören konntet, bei der guten Tat der Woche. Und das Erste, was wir dort haben, ist der Beitrag zu Pyrotechnik. Und zwar diesmal keine, alle Menschen müssen ins Gefängnis, sondern mal eine Gegendarstellung. Geschrieben von Waltraud Fährleih. Die hatten wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal. Und zwar hat sie einen Beitrag geschrieben, wo sie mal die Sache von der anderen Seite beleuchtet und sagt, dass Pyrotechnik durchaus dazugehört und dass man das alles viel charmanter und sinnvoller lösen könnte. Sie ist Strafverteidigerin in Frankfurt, glaube ich sogar, oder? Ja. Genau, hat einen Gastbeitrag geschrieben. Ich verlinke den mal. Ich fand ihn sehr lesenswert und zeigt halt auch mal, dass es auch andere Meinungen zu diesem Thema gibt. Ich muss noch ganz kurz eine Gegendarstellung veröffentlichen, denn, also wie das in diesen Zeiten natürlich ist, wenn alles so ganz fix geht, hat der gute Thomas Mosch uns jetzt darauf hingewiesen, dass der Mustache von Mustache Müller gar nicht echt war. Also es ist wirklich nur angeklebt. Aber wir haben natürlich sehr flixe Twitter-User, das ist natürlich unfassbar und da hat der Martin, der TREMO-MS hat zitiert, auch wenn sich Thomas Müller hier nur einen falschen Schnurrbart anklebte, ihm würde ein echter Mustache auch gut zu Gesicht stehen. Das war eigentlich zu bezweifeln. Wer schreibt denn sowas? Wer guckt sich denn das Bild an und denkt, das schreibe ich jetzt hier. Ja, das hat er zitiert und ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Das muss ja irgendjemand geschrieben haben, das gibt es ja gar nicht. Ja, das ist, äh, nein. Ist schwierig zu glauben. Naja. Nun gut. Ähm, ja. Unterstütze ich, das finde ich eine sehr gute Tat. Mal einen anderen Draufblick auf diese völlig überhitzte Debatte. Ja, das ist definitiv. Sehr gut. Genau. Habt ihr noch weitere Nominierte? Ja. Gute Tat der Woche. So schwierig, positive Dinge zu finden in dieser Welt. Mhm. Mhm. Ähm, gute Tat der Woche. Naja. Ich finde, wir sollten das auch nicht als Abstimmung, also das sollte kein Wettbewerb sein, sondern da kommt jeder mal dran, der was Gutes gemacht hat, Woche für Woche einer. Ja, war jetzt auch nur die offene Frage, ob ihr noch was habt. Ich finde einen an der Stelle auch vollkommen okay. Ja, auf jeden Fall. Coole Sache. Dann lassen wir uns doch mal von hier aus direkt zu den, ähm, Empfehlungen umschwenken und Basti hatte es ja schon angeteasert, es gibt einen neuen Podcast ab morgen, der nennt sich das Wettbrötchen oder nur Wettbrötchen und ist quasi ein, ich fand ihn großartig, ich hab den vorhin im Auto, hab ich das gehört, ich find's großartig und ist quasi ein, ein Spin-off eures Wettkellers aus 390, aber vielleicht, Basti, kannst du das mal so ein bisschen genauer erklären, was ihr da macht und ab wo, ab wann und wo man das ab morgen dann kriegen kann. Ja, also du hast es ja schon angedeutet, das ist quasi der typische Wettkeller als Outgesourced, der Keller ist verschimmelt, wir haben jetzt ein Ladenlokal gefunden, eine kleine Metzgerei, wo der Axel und ich, äh, ja, diesen Wettkeller quasi, äh, als Spin-off Outgesourced haben und jetzt einzeln betrachten, weil Axel und ich festgestellt haben, dass wir beide echt immer, eigentlich auch privat, immer viel über Wetten reden und chatten und uns gegenseitig Tipps, bla 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 und wir gemerkt haben, dass es unter den 390-Hörern zumindest eine kleine Menge an sehr, sehr interessierten Hörern gab, wo sich so eine kleine Wett-Community entwickelt hat, das wollen wir jetzt alles so ein bisschen, äh, konzentrieren, äh, und dem dann, dem eine Community bieten und wir werden, das wird, Wettbrötchen deutet auch darauf hin, dass es nur ein Snack ist, das heißt, das wird keine 390-Ausmaße annehmen, sondern das wird 30 bis 45 Minuten gehen, wo wir das kommen, immer donnerstags wird er, äh, vorabend, nachmittags wird er erscheinen, wo wir das kommende Wochenende tippmäßig begleiten, werden aber in unserer gewohnt 390-mäßigen Art das alles kommentieren und selber aufs Korn nehmen, weil wir nie eine einzige Wette gewinnen, also es ist jetzt kein cleaner Sportwetten-Podcast, sondern eigentlich, wie gesagt, wie man sich's, wie man sich's vorstellt, wenn Axel und ich nach 15 Kölsch und drei Äppler einfach darüber reden, was wir am Wochenende tippen wollen. Ist es auch wirklich Ziel, dass ihr besoffen Podcasts? Leider, donnerstags mittags wäre es ein bisschen blöd, aber ist mal ein André. Marvin, ich werde auf jeden Fall eine Sendung testen und gucken, ob die Tipps dann besser sind. Ich muss gerade sagen, das schreit doch förmlich nach so einem A-B-Vergleich, die eine Woche nüchtern und die andere Woche stürzen wir doch nur und einfach mal gucken, womit man dann mehr Kohle machen kann. Vielleicht traut man sich ja betrunken, mehr Risiko zu gehen und das wird vielleicht belohnt und so. Ja, ich seh's schon. Das werden wir auf jeden Fall testen, das wird natürlich den Podcast nicht noch, das wird den Podcast natürlich noch mehr in die Schmuddelecke drängen, wenn wir dort Sportwetten rauchen und saufen. Grüße. Der Laster-Podcast. Das tolle Programm. Nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall, der heißt Wettbrötchen, ist auf den, ist bei Instagram, Twitter, Facebook zu finden, hat auf der Internetseite wett-broetchen, also brötchen-o-e.de, da sind alle Informationen. Genau. Ich bin aber echt sehr gespannt, was ich auf Instagram damit veröffentlichen wollte. Also, keine Ahnung. Wird spannend. Da wird immer der Tippschein der Woche zu sehen sein, Marvin. Ah, okay. Das ist die Hauptkategorie des Podcasts. Ganz seriös. Wir werden uns drei, vier Bundesligaspiele aussuchen, die wir ausführlich auch statistisch besprechen und unsere eigenen Eindrücke davon schildern. Und daraus wird dann quasi immer der Schein der Woche entstehen, den wir tippen und gucken, wie erfolgreich wir damit am Ende der Saison waren. Es gibt aber noch andere Kategorien, ich will gar nicht zu viel verraten, aber die lustigste Kategorie, weil auch ein Eintragsbezug da ist, jetzt in der ersten Sendung wird es quasi, es gibt eine Kategorie, die heißt We Agree to Disagree, wo ein Wettereignis, ein Fußballspiel stattfinden wird, wo der Axel nicht komplett anderer Meinung sind. Und das ist dieses Wochenende Augsburg gegen Frankfurt. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Erste Folge kommt morgen. Ich hau morgen gegen 17, 18 Uhr. Den Link zur Internetseite mal in die Shownotes. Dann könnt ihr da ja morgen mal reinklicken, reinhören und ich glaube, die beiden Herren freuen sich auch über Feedback also von daher sie Social Media nutzen und denen einfach mal Feedback geben. Der Hashtag für alles, was damit zu tun hat, ist Hashtag Wettigel. Ja, wie könnte es auch anders da sein? Es ist so großartig. Es ist so einfach großartig. Dann habe ich noch zwei Empfehlungen, die passen da gerade ganz gut hinten dran und zwar gibt es ein neues Podcastbuch, das heißt, wenn ihr da draußen euch auch mit dem Thema mal beschäftigen wollt, dann empfehle ich das als neue Pflichtlektüre, was unter anderem auch daran liegt, dass wir auch da drin vorkommen. Guck mal an. Guck mal an. Genau, das grast einmal so alles ab von den Einstiegsfragen bis hin zu Technik, Monetarisierung und allem, was da irgendwie so dazugehört. Also von daher ist das auf jeden Fall Unser Beitrag ist übrigens in der Kategorie Monetarisierung. Wie man es nicht macht. Nein. Wer das wissen will, muss sich das Buch kaufen und reinschauen. Ich hau einfach mal den Amazon-Link und den Link vom Verlag rein. Ich glaube, beim Verlag gibt es auch das Angebot, dass wenn man das gebundene Buch kauft, dass man das E-Book automatisch mit dazu bekommt. Genau, und wie sollte es anders sein, wenn man ein Podcast-Buch schreibt, was gibt es dann passenderweise auch dazu? Ein Podcast. Den Podcast zum Podcast-Buch, genau. Sind, glaube ich, dreieinhalb Stunden, wo die Autorin dazu ein bisschen befragt wird. Auch den hau ich euch einfach mal in die Shownotes, wer sich das erst so ein bisschen anhören will, bevor er sagt, ich investiere das Geld für das Buch. Der kann das gerne tun. So, und jetzt sind hier die lachenden Herrschaften wieder drin. Was habt ihr denn sonst noch so eine Empfehlung? Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz mit euch ein Thema besprechen, bevor wir gleich wieder zu den Empfehlungen kommen. Und zwar, was mich jetzt momentan umtreibt, was wir weiter oben ein bisschen vergessen haben, sind eigentlich, wir haben ja eben schon ein bisschen über die potenziellen Winter-Transfers gesprochen, aber was sich ja momentan schon so ein bisschen ankündigt, ist, dass Tavata ja anscheinend auf, ja, so wirklich so kurz vor dem Absprung schon steht. Also das ist das, was ich so mittlerweile mitbekommen habe. Dann zieht es ja momentan irgendwie so ein bisschen nach Spanien. Okay. Ja, also habt ihr noch gar nichts mitbekommen, ne? Ich habe aber auch in dem Zuge gelesen, dass auch Williams zumindest mit dem einen oder anderen Fein in Verbindung gebracht. Den würde ich ungern abgeben. Ich war heute so wenig irgendwie in diesem Internet, dass das nicht hart mit Tavata an mir vorbeigegangen ist, dass mit Williams hatte ich mitgekriegt. Also Levante, dass die Interesse hatten hat. Genau, Marvin, das war das, oder? Genau, genau. Also es ist halt, ich wollte das jetzt nochmal so ein bisschen auf die hier reinbringen, weil es ist natürlich so, ich meine, auch Fabian ist ja jetzt jemand, die ist mit der Nationalmannschaft nicht so wirklich gut gespielt, tut sich bei uns schwer, Tavata, kaum Einsatzzeit, ist aber ein Linksverteidiger, das heißt potenziell natürlich international interessant, über Grota brauchen wir nicht sprechen, aber auch, klar, Williams ist halt auch so ein typischer Spieler, der, wenn er bei uns spielt, manchmal ganz gut spielt, aber dann zu übermotiviert, sich viel zu oft Karten abholt, was ich echt unfassbar finde, was der für eine Kartenbilanz hat. Ja, naja, das stimmt. Also das ist schon schwierig momentan, ne? Mit Tavata ist es aber doch so, dass der sowieso im Sommer ablösefrei wäre, oder? Das ist eine gute Frage, das kann gut sein. das kann jetzt nur sein, dass wir im Winter, wenn er im Winter geht, wäre das so mit das letzte Mal, dass wir noch Geld für ihn bekommen würden, oder wir müssten den Vertrag verlängern und er müsste an uns gebunden werden. Und gerade wenn du sagst, du willst eh vielleicht wirklich nochmal im Winter investieren, ich sage es nur nochmal, Mbabo kann sowohl links als auch Rechtsaußen spielen, äh, Rechtsverteidiger spielen. Okay. Der sollte noch für uns irgendwie interessant sein, also, ich würde es noch nicht abschreiben. Ja, den ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Also man muss auch ehrlich sein, Tavata, sympathischer Typ, hat auch so um diese Zeit, als er uns in Gladbach in dem Halbfinale da in Führung geschossen hat, wo Marvel noch auf der falschen Tribüne saßen und uns bei dem Torjubel, wurden wir schief angeschaut. Nein, aber das war so die einzige Hochzeit, die er hatte. Ansonsten muss man schon sagen, war da mehr Schatten als Licht, muss man schon so sehen. Ja, denn es hat recht, Vertrag läuft bis zum 30.06.2019 laut Transfermarkt. Und man kann ihn, also wenn man ihn jetzt loswerden kann und man kriegt vielleicht sogar tatsächlich jetzt im Winter noch Geld, statt dass er im Sommer umsonst weg ist, würde ich das machen. Würde aber auch tatsächlich wieder mal, wenn es sage ich, mittlerweile habe ich wirklich im Kopf, dass wir im Winter wirklich zwei, drei Spiele holen. Einmal Mbabo und zwei defensiven, zwei zentrale Mittelfeldspieler. Also davon gehe ich fast sogar aus. Klar muss bei diesen zentralen Mittelfeldspielern ist wahrscheinlich sogar eine Laie dabei, um diese Toro-Kurzfristigkeit so ein bisschen abzudecken. Aber ich glaube, dass die Eintracht wirklich geplant hat und auch das Budget noch übrig hat vom Sommer, dass man wirklich nochmal zwei Kicker holt, die vielleicht sogar Stammspieler-Potenzial haben auf den Außenverteidiger und zentralen Mittelfeldpositionen. Da gehe ich eigentlich von aus. Hoffen wir es mal. Und wenn wir jetzt sagen, wir geben Leuten ab, dann muss man halt auch sagen, Tavate ist ein Spieler, der ja noch Potenzial hat. Das ist jetzt kein, wie gesagt, das ist ein Spieler, der hat sich für meinen Dafürhalten schon besser in der Bundesliga integriert, als man es vorher gedacht hat. Spielt jetzt natürlich bei uns jetzt nicht mehr so die Rolle, weil sich andere einfach noch besser bewegt haben. Wer hätte denn gedacht, dass wir, also vor der Saison gedacht, dass wir jetzt so gut spielen, auch, dass die Linksverteidiger-Position mit Kostic zum Teil auch so gut abgedeckt wird, also natürlich links außen und so weiter und so fort, aber das ist ja doch dann zurückgezogen, dass das so gut funktioniert, hätten wir nicht gedacht. Aber weil Tavate halt für sich auch sehen muss als Nationalspieler Israels, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt und 26, dann glaube ich, wird es für ihn auch eine Möglichkeit sein, zu dem interessierten Klub zu wechseln und wie gesagt, ich habe jetzt einiges aus Spanien gehört, dass es da irgendwie Gerüchte gibt. Ich würde es nicht ausschließen, ja, ich glaube, der Udi Levante scheint ein ernsthaftes Interesse zu haben. Why not? Die spielen erste Liga, die haben auf der Linksverteidiger-Position sie nicht so mega gut besetzt. Man könnte mal darüber nachdenken, von deren Warte aus, natürlich für einen Tavate dürfte das jetzt auch nicht das Schlimmste sein, die Liga zu wechseln. Ja. Was mit Fabian, das ist ja auch echt ein Richtiges. Man hört auch gar nichts, gell? Er hat aber jetzt auch bei der mexikanischen Nationalmannschaft gar keine Rolle gespielt, oder? Er war aber nominiert, oder? Nominiert war er. Ich glaube, er hat nur nicht gespielt. Also gespielt hat er definitiv nicht. Ob er nominiert war, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist mir echt ein Rätsel, weil da wird ja auch gar nicht drüber geschrieben und gesprochen, gar nichts, gell? Also es ist so ein bisschen Frage. Ich meine, es scheint keine Verletzung vorzuliegen. Das war ja der Punkt. Aber das meinte ich ja damit zu sagen, normalerweise, wenn jemand nicht, wenn ein Spieler von seiner Qualität ja auch wirklich mal eine wichtige Rolle bei uns hatte, teilweise echt sogar fast mit der wichtigste Spieler eine Zeit lang war. Unter anderem auch in einem Spiel gegen Augsburg, wenn ihr euch erinnert, wo er ein Tor mit dem Bauch macht, irgendwie, und das Spiel damals noch gedreht hatte, auch so ein bisschen nach einer langen Durststrecke, dass so jemand, dass da gar nicht drüber geredet wird, macht mich ein bisschen stutzig. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil ich da irgendwelche, ja, da muss es irgendwelche anderen Probleme geben, weil ansonsten würde man ja lesen, ja, der ist trainingsfaul, ja, der ist undiszipliniert, irgendwas ist da merkwürdig, finde ich. Ich habe fast das Gefühl, und das kann ich nicht belegen, aber ich habe fast das Gefühl, dass die Zeit des Fußballs ihn selbst überholt hat. Also, würde die Eintracht ein paar Nummern schlechter dastehen, würde einiges nicht so gut laufen, wäre der eine realistischere Chance, als es aktuell der Fall ist. Also, für mich ist es so, ich meine, er hat ja gegen Argentinien jetzt kurz gespielt vor ein paar Tagen, also er ist ja noch im Kreis der Nationalmannschaft da, aber ich habe das Gefühl, als könnte er das, was er hat, bei der Eintracht oder auch selbst im Training nicht gewinnbringend einbringen, und dass selbst Leute wie Stendera einfach sich wieder vor ihn gezogen haben, weil sie anscheinend ein bisschen mehr begriffen haben, worum es geht, oder vielleicht diese Gedankenschnelligkeit gerade mehr besitzen, als es bei Fabian der Fall ist. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass es für ihn auf jeden Fall sinnvoll wäre, auch darüber nachzudenken, im Winter sich ein neues Ziel zu suchen, das tut mir persönlich leid, weil ich Fabian einfach einen geilen Typ finde. Aber vielleicht kann man da wirklich auch noch mal ein bisschen Geld sammeln dann. Ja. Und Fabian, beide von der Gehaltsliste, plus man kriegt für beide vielleicht noch eine kleine Ablöse, ist vielleicht noch ein bisschen Budget frei, man hat jetzt bestimmt auch außerplanmäßige Einnahmen, weil ich glaube nicht, dass die Eintracht in der Prognose der Bilanz eingeplant hat, dass wir wirklich in der Europa League weiterkommen. Und ich glaube, da können wir wirklich, und ich hoffe es sehr, weil, noch mal, das wäre auch ein Zeichen, auch an die Mannschaft, zu sagen, ey, wir haben hier was vor. Auch an Spieler, die wir dann eventuell erst im Sommer holen, die dann sehen, ey, guck mal, bei Eintracht geht es richtig vorwärts. Die lassen die Saison nicht austrudeln, sondern die sind ambitioniert und du fängst ja dann auch schon Februar, März an, Spieler für den Sommer zu rekrutieren und wenn die sehen, ey, da geht es vorwärts, weil das war ja, wir erinnern uns, das war ja in den letzten Rückrunden auch immer ein Problem. Das ist immer die Aussage, aber wir wissen ja gar nicht, was wir den Spielern anbieten. Sind wir 12 da, sind wir, keine Ahnung, wissen es ja alle nicht und das erschwert ja auch die Verhandlungen und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen anders ist, dass man wirklich, klar kann es schief gehen, weil die Eintracht gehört ja von Natur aus nicht da oben komplett rein, aber zumindest, dass man es probiert, dass man sagt, Toro fällt aus, wir versuchen gleichwertigen Satz zu finden, versuchen Mbappo vielleicht nochmal zu holen, den wir eigentlich eh holen wollten und gehen jetzt nochmal steil und gucken, dass wir in der Rückrunde endlich mal nicht abkacken. Ich hoffe es sehr. Ja. Weil wir haben übrigens, weil dieses Jahr haben wir nämlich kein Pokalfinale, was so ein bisschen eine schlechte Rückrunde überdecken könnte. Ja gut, außer halt, dass es eine Europapokalfinale ist. Außer Baku natürlich. Ja gut Marvin, hast du natürlich recht, dass wir noch mehr überschreiben. Sorry. Sehr gut, ja. Noch ist alles drin. Ja. Wenn dann die Meisterschaften erst. Wollte ich jetzt, ich wollte jetzt so kurz anbringen, es schwirrt momentan so ein bisschen bei mir rum, deswegen. Ja, ist ja ein wichtiger Punkt, daher alles von. Ja, haben wir denn ansonsten noch weitere Empfehlungen? Da waren wir gerade eben ein bisschen stehen geblieben. Tja, Empfehlungen, Empfehlungen, kann ich irgendwas empfehlen? Nö, ähm, Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nichts mehr, nein. Gut, dann brauchen wir das an dieser Stelle auch nicht zu überstrapazieren. Dann sind wir damit aber auch auf der Zielgeraden angekommen, meine Damen und meine Herren da draußen. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, endlich wieder Bundesliga. in der nächsten Woche haben wir nach aller Voraussicht wieder einen geänderten Sendefahrplan. Donnerstag ist ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wieder Euroleague und Dienstag, Mittwoch sieht es ein bisschen schwierig aus und wird auch ein bisschen knapp. Wir sind noch nicht so ganz klar, ob Sonntag oder Montag. Das werden wir aber auf jeden Fall über die Social Media bekannt geben. Dann gibt es wieder den Livestream und sehr zeitnah danach dann auch den Podcast zum Abrufen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr nichts zu tun habt, am Samstag um 20 Uhr. Ach ja. Basti, Basti, Jan und ich sind bei Antenne Frankfurt. Wie heißt denn genau die Sendung, Basti? Sag uns. Das ist die Sendung von Hassan Anuri um 20 Uhr. Von 20 bis 22 Uhr sind wir bei Antenne Frankfurt in Hassan Anuri, seiner wöchentlichen Sendung, wo er eigentlich allgemein den Leuten erzählt, was in Frankfurt so abgeht. Und scheinbar scheinen wir momentan auch in Frankfurt abzugehen. Also sind wir dort. Und ja, ich freue mich. Wird lustig bestimmt. Schaltet ein. Wir checken mal. Ich glaube, die wird sogar wiederholt. Ich weiß nicht, ob die dann auch irgendwie abrufbar sein wird. Aber da werden wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Aber ansonsten, da es im Fernsehen Samstagabend eh nichts mehr läuft, einschalten. Grüße. Sehr gut. Gut, dann machen wir den Sack zu und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Alter. Hey! Hey! Es kann auch ein Bonn! Hey! Hey! Es kann auch ein Bonn! Bis zum nächsten Mal.